ja hallo und willkommen bei eBike Tom heute mache ich mit euch eine tour zum zeuthener see ja wir sind schon auf kilometer 15 wir haben den ja ich sag mal den ungemütlichen teil der strecke schon hinter uns gelassen also und sind jetzt hier fahren wir entlang der bundesstraße der landstraße nach grünau und von grünau geht es dann noch mal ja ein paar kilometer weiter bis zum zeuthener see so da bin ich wieder ja jetzt haben auch grünau passiert und ja fahren jetzt erst mal hier noch gute acht kilometer immer geradeaus ja zum zeuthener see also ich bin noch ein bisschen enttäuscht weil komut hat hier ja gut die kürzeste strecke ausgesucht ja klar aber es war bei weitem nicht die schönste strecke sondern die hälfte der strecke führte durch die stadt und erst hier nach grünau hat man einigermaßen ruhigen fahrradweg ja wie gesagt ich will mir dort ein campingplatz anschauen ich fahre jetzt auch am nächsten wochenende das erste mal campen wohl bemerkt jetzt erstmal nicht mit dem fahrrad weil ich muss erst mal ein bisschen testen und der test dann erfolgreich war mache ich dann auch mal eine bei camping tour mit euch zählt habe ich auch schon alle notwendigen unterlagen auch schon heißt es könnte also dann sofort losgehen nach dem test ja wie ihr seht viel verkehr an dem schönen sonnigen tag heute also da wäre ich noch mal wenn ich so auch mal hier zum zeuthener see fahren sollte die gute aber anders planen dann werde ich auch ein paar kilometer in kauf nehmen weil es gibt auch eine alternative die würde nämlich über den langer see führen dort dann mit der fähre bis zu grünau und von grünau dann hier diese strecke das wäre die alternative route und zum langer see das war eine schöne route durch durch den wald nun ja dann würde ich sagen melde ich mich später dann dann würde ich mich bei euch bei euch mal an 晕Stars w w w w w w w ja laut meiner app sollten wir jetzt eigentlich auch gleich da sein ungefähr noch zwei kilometer na ja ansonsten jetzt hier von der landschaft her und auch vom radweg schaut selber also besser kann es nicht laufen toller radweg hier fast durch wald asphaltiert alles prima ja und jetzt kriege ich die info hier von komoot in 1,6 kilometer rechts ab und dann soll auch da der campingplatz sein am zeuthener see ja heute haben wir angenehme 20 grad es soll noch bis zu 25 26 grad werden und somit eigentlich das optimale radlwetter ja hallo leute ja wie ihr seht befinde ich mich jetzt am zeuthener see bzw crosshinsee und ja der campingplatz liegt auch direkt hier am see hier oben gibt es auch ein restaurant sanitäre anlagen sind richtig groß also so richtig großer campingplatz und ja hier kann man ordentlich mal die seele baumeln lassen campingplatz ist soweit gut ich muss mich jetzt erstmal erkundigen ob ich hier noch für die nächsten wochen überhaupt eine möglichkeit habe platz zu reservieren für mein zelt oder für die zelte weil meine familie kommt dann mit und dann werde ich auch hier definitiv mal campen aber die fahrt hier hin die werde ich umändern weil da hatte mich komoot irgendwie richtig umständlich und nicht so schön über grünau geführt und das war keine schöne strecke also die hälfte der strecke war eigentlich nur stadt und dann die letzten ja ich sag mal zehn kilometer bei der landstraße beziehungsweise die letzten fünf kilometer jetzt durch den wald durch die schöne fahrrad strecke ansonsten war die tour hierhin nicht so schön das heißt ich plane jetzt auch die tour zurück etwas anders und so dass ich dann hier überwiegend durch ein wald fahrer ja an diesem campingplatz hier am krosshinsee beziehungsweise am zeugnersee kann man auch boote mieten auch hausboote wie ich vorne gelesen habe und ich muss mich jetzt erst mal eine rezeption erkundigen wie gesagt wie hier die preise sind und 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 aber man kann hier einfach so drauf und ja und dementsprechend sich das erstmal vorab anschauen und es ist wie gesagt ein großer campingplatz so da bin ich wieder das ist übrigens die alternative strecke gewesen zum zeugnersee zum krosshinsee hier entlang der dame ja und wie ihr sehen könnt führt für dieser diese strecke hier auch schön entlang der dame ja auch mega großen breiten fahrradweg jetzt autofreie zone wir können auch keine autos drauf weil auf beiden seiten sind peller die das verhindern dass hier autos rauffahren könnten hier fährt nur halt die straßenbahn und das war's und dann hat man hier so einen riesigen ja wenn man will fahrradhighway der entlang der dame bis nach köpenick führt oder zur anderen seite bis zum zeugnersee bis zum zeugnersee Bis zum nächsten Mal. Ja, hallo Freunde, ich bin's wieder. Ja, was soll ich sagen? Ich habe mir den Campingplatz angeschaut und er kommt nicht in meine engere Wahl. Und zwar, weil dort, wo die Zeltplätze aufgestellt werden, ist harter Waldboden. Und ich möchte lieber auf Gras dementsprechend mein Zelt aufbauen und nicht auf hartem Waldboden. Das gefällt mir nicht. Und dementsprechend werde ich mich gegen diesen Campingplatz entscheiden. Denn Preise sind normal. Gegend ist schön, ja, aber auch die Fahrt hierhin. Wie gesagt, ich bin jetzt auf der Rücktour schon. Und fahre jetzt auch anders, wie ich hingefahren bin. Hier entlang des Seudenersees bzw. Langersee und Dame fahre ich jetzt entlang wieder zurück Richtung Köpenick. Ich zeige es euch mal. Dann fahre ich dann da hinten entlang der Dame später wieder zurück jetzt nach Köpenick. Und werde dann gleich erstmal Mittagessen. Ich überlege mir noch, ob ich jetzt mir jetzt gleich erstmal unterwegs noch was holen werde oder doch bis nach Hause fahre und dann mir was zu essen mache. Mal eben schauen. Aber hier habe ich noch eine schöne Stelle gefunden, um nochmal ein Päuschen zu machen. Leider gibt es hier keine Bank. Ich habe heute Morgen schon überlegt, sollst du dir eine Bank mitnehmen. Sonst in der Bank sagst, sollst du dir einen Stuhl mitnehmen, deinen Campingstuhl mitnehmen. Und habe gedacht, ach nee, auf der Strecke gibt es auch bestimmt genug Bänke. Und so wie es auch für, ja, nur war, gab es keine Bänke. Und ich hätte meinen Campingstuhl jetzt gerne mit dabei gehabt. Gut, beim nächsten Mal sollte ich nochmal in die Richtung fahren. Dann weiß ich Bescheid. Und ja, dann werde ich, wie gesagt, jetzt meine Rücktour antreten. Und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, damit ihr keine weiteren Abenteuer von mir verpasst. Dann sage ich danke und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.